Was war zuerst? Das Ei oder das Huhn? Diese Frage können wir auch nicht abschliessend beantworten. Aber auf jeden Fall haben Huhn und Ei in beiden Landeszeitungen auf ihrem Onlineportal und am Staatsfeiertag für Aufsehen gesorgt. Tausend rote Eier mit dem Spruch «Einfach mehr drin» haben drei Hühner am 15. August in Verdutz verteilt. Auch der Fürst hat ein Ei entgegen genommen und alle haben sich gefragt, was soll das? Da wird man dann in den nächsten Tagen erfahren, was da genau dahinter steckt. Unter anderem auch im Volksblatt, in den anderen Landeszeitungen und auf der Facebook-Page unter www.einfach-mehr-drin.ali Es ist schon eine Sauna unter dem Kleidchen, oder? Ein bisschen eine Sauna ist schon, aber es hält sich in Grenzen noch. Haben wir alle einen Nehmen oder sind wir einfach noch Hühner? Wir sind Henne 1, Henne 2 und Henne 3. Und du bist Henne? Henne 2. Die Spekulationen sind weitergegangen. Ich bin mir jetzt gerade einmal überlegen, was es ist. Einfach mehr drin. Also es muss irgendwie etwas Spezielles sein. Etwas Spezielles drin sein, oder? Aber nein, ist ja schon etwas Spezielles, oder? Einfach mehr drin. Gibt es auch Jungs daraus? Mehr drin an Lust, an Freude, an Potenz, an Spass. Also ich denke, es muss eine Organisation dahinter sein. Und ich vermute, es muss etwas Soziales sein. Jetzt klären wir auf. Hinter dieser Aktion steht die neue, multimediale Verkaufsstrategie von der Leichtensteine Volksblatt AG. Gästeine Volksblatt AG. Gästeine Volksblatt AG. Gästeine Volksblatt AG.